Kann man das so stehen lassen? Heute ist ja der große Tag der Komplimente. Welche Komplimente bekommt ihr am liebsten oder gebt sie am liebsten? Schreibt doch mal oben in die Kommentare. Niemand sagt so charmant 930 wie Jan. Horst, ich liebe dich. Ich mag den Kolmer, der ist sehr sympathisch. Madita, das ist mir sympathisch. Bedlef ist ein ganz netter, sehr telegen, sehr eloquent und sehr gut aussehend. Viel schöner als die Uhr ist die schöne Wendeler. Da ist ein sehr schönes Foto bei von einem Hund. Ich liebe dich auch. Bester Mann dabei. Und die Susi ist die hübscheste von allen. Herr Kümmel ist ein Sahnehäubchen in der Sendung.